Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario World. Mit dem Kevin. Und Christian. Das erste Mal in meinen Videos mal dabei ist. Ich war alle drei versammelt. Oh Gott. Das kann ja nur schlecht werden. Die obersten drei übel. Also, ich spiel ganz normal Luigi. Robin und Christian wechseln sich ab. Ich dachte, du wechselst dich mit dem obersten. Nein, nein. Aus gutem Grund nicht. So. Das war der beste Anfang, den Robin je gemacht hat. Ich weiß. Ich bin gar nicht, hatte Kontrollkapel in die Hand. Das sind ganz normale Einstellungen. Ja, das will ich mal sehen. Deine Mama hört mal auch so ein bisschen im Hintergrund schreien. Telefonieren. Ja, telefonieren, äh, telefonieren, äh. Asiaten telefonieren laut, nicht telefonieren, Asiaten laut. Ja. Und dahinter hat man auch noch Facebook. Danke, Kevin. Wie schreibt ihr gerade? Werbung. Werbung für Facebook. Edit mich bei Instagram. Wie wiegt dein Hipster? Ein Instagram. Der war so flach. Ich weiß. Wenn die Leute das sehen könnten, der wäre richtig flach. Ich komme mir gerade vor wie bei Flappy Bird. Bop. Bop. Ding. Bop. Ding. 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 Ding, Ding. Angen. Oh mein Gott, das sind zu viele. Nein. Wie dreckig ergrinst, guck mal. Deine schlecht animierten Zunge. Waaaaaah! Ich weiß nicht genau. Oh, Spack. Nein, nein, mach das Geisterschiff! Du schaffst das! Ich mach das. Obwohl unter Wasser der Fische heiße sind. Ich mach das ja irgendwie. Irgendwie mach das. Na gut. Du schaffst das! Seht euch an, wie fett er ist! Mein Gott, lass mich nicht rum! Er ist so unglaublich dick. Meckes lässt grüßen, meine Freunde. Von Meckes nur das Beste. Edit mich auf der Meckes Webseite! Ich heiß dort Big Mac Lover Link. So findet man zum Beispiel in seinem Burger oder in seinem Eisenscham. Von Meckes, also von Meckes nur das Beste. Die Kunden, äh, die, die, die unglaubliche Liebe. Ja, deswegen findet man auch immer am Bahnhof, neben der Meckes Tüte, sofort eine Kotzfitze. Das ist die Liebe zu Meckes. Ey, aber Meckes schmeckt... Ich versteh nicht, warum die Leute überkotzen davon. Ja, wenn sie so viel davon frisst. Meckes ist ja nicht böse! Pferde sind böse! Nix gegen Lasagne, ja. Hahahaha! Eine Promo, die wir hier haben. Aber echt, Mann! Schleichwerbung für Lasagne! Oh mein Gott, das ist doch wirklich schlimm! Abonniert Lasagne Bolognese LP! Gibt es den überhaupt? Hahahaha! Nein! Aber ich glaub, wenn... I can fly... Ich glaub, wenn Robin nachher zur Schule geht, mach ich seinen PC an und nennt seinen YouTube-Account rum. Zur Schule, ich geh nicht zur Schule. Ich geh nicht zur Schule... Ich geh nicht zur Arbeit! Ich bin so schön verstrahlt, 10.000 Grad, 10.000 Farben. Ich bin nicht mehr verstrahlt. Nein, da musst du aufhören. Ja, Kevin, ich ende dich an das Level, ne? Ja, wo ich es kurz davor geschafft hatte und auf einmal kam so ein Scheiß. Was sind das überhaupt? Das sind Bälle. Das ist mein Board of Steel. Ich habe große Wrecking Balls. Komm schon, Christian, du kennst den Text weiter. Nein. Doch. Nein. Ich kann den nicht. Nein. Ich mache jetzt keine Werbung für Cookie Breed. Ups, wer ist dieser Cookie Breed? Ich habe keine Ahnung, kennt den jemand? Schreibt mal in die Kommentare. Kennen Sie Herr Cookie Breed? 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 2. 3. 3. 2. 3. 2. 4. Papiercherich... ...schinib und china und schinib... Ist das ein Ab- Duh, Duh, Duh... Und diesmal schaffst du, dass's gefälligst. Oh, ja. Oh. Hater's gonna hate. Hey! Bitches loves cake! Fucking love cheeseburgers. Bitches love cheeseburgers! Und ich muss schon sagen, Robbins is richtig schlecht im Billard. Ich bin auf Pilzen... Ich hab einmal gewonnen. No! Ich hab einfach verloren. Ich habe einmal gewonnen und gegen euch beide habe ich verloren. Vielleicht konnte ich jetzt noch runter. NAH! Du bist doch scheiße! Du wirst adoptiert, Kevin! So, jetzt zeige ich dir mal, wie dein großer Bruder das will. Ey, das können wir echt nicht bringen, Leute, ganz ehrlich. Letzten Part waren wir auch schon am Schiff. Diesen Part auch noch. Du willst doch nur einen Immigranten-Witz machen. Ich will dich aber sagen, wir sind zurückgegeben. Ich will dich doch nicht ein bisschen dumm oder was? Schnell wollen schnappen! Schmein, du! Ich bin eine Papierche und schnippe, 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 schnippe! So viel Zeichen, nein, Netzplay ist ja unglaublich. Ja, was ist dein Netzplay? Oh mein Gott. Ich mache ab sofort C.O.T Gameplays. C.O.T.? Ja, C.O.T Gameplays. Ich hoffe gar nicht C.O.T. Ja, C.O.T soll für gut sein. vor allem C.O.T. Toast. Na, kennt jemand Call of Putin? Wladimir Hobbs? C.O.T.? Ja, C.O.T. Call of Tutti? Call of Tutti Flutti! Call of Tutti Flutti. Da ist Kevin wieder dran. Spook? Der schafft gar nix. Swag. 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 Yolo. Swagetti Yolo Nase. Swag. 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 Oh mein Gott, wie sie verkackt die beide da immer. Yolo. Ja, Mario lief ja auch mal. Scheiß auf Only Live Once. Live like Mario. Ja, live like Mario. Hör. 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 Das ist ja scheiß und knapp. Kevin liebt die Gefahr. Oh ja. Deswegen zieht er auch nur immer ein halbes Kondom beim Sex an. Pilz! Verkackt! Das ist dein Leben! Das ist dein Leben! Und du hast es verkackt! Verkackt! I follow me! Follow me! Follow me! Ich falle, ja, ich, ich falle! Wie war das nochmal? Nein! Nein! Diesmal nicht! Diesmal nicht! Ich führe, ja, ich, ich führe! Swig, swig, swig! Schaff es endlich! Du bist scheiße! Du bist der Mann fürs Leben! Ich hab's gewicke Swag! Swig, 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 swig! Oh Gott, bitte hör auf mit dem Scheiß, okay, Leute! Schau mal! Oh, guck mal! Hallo! Ich bin Olaf! Ich bin Olaf! Ach, wir sind schon hier? Ja, wir sind schon so weit! Oha! Oha! Wir sind so tight! Ich bin dran! Er ist dran! Yeah! Ich glaub ich kann das Level gar nicht! Du schaffst das! Huuuuh! So ein bisschen so! Der ist so groß! Wut, 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 wut! Oh, der kann von... Er schafft nicht! Das wird schon! Sein Ellenbogen war einfach nur zu breit! Oh mein Gott! Ich glaub ich hab einen alten Ellenbogen! Wieso hat das eigentlich so viel Leben? Gib mal ein bisschen was ab! Ich wollte mich grad was von dir klauen! Von mir kriegst du gar nix mehr! Du bist von mir abhängig, Luigi! Ja! Nein! Du bist doch scheiße! Der ist mitten drin stehen geblieben! Adoptiert! Adoptiert! Die sind ja beide meine unbezahlten Arbeitskräfte! Stimmt! Nein! Warte, ich will gar nicht starten! Ich wollte dir! Leben klauen! Na, das ist eigentlich schon nirrt! Wenn du jetzt verkackst, bist du Game Over! Nisch! Ich glaub danach hat er noch ein Leben! Nein, dann bin ich tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und was passiert dann? Ich kriegst von mir gar nichts! Ah! Warum sind die eigentlich so groß? Oh mein Gott! Penis! Ah! Geld! Money! Money! Oh! Eigentlich voll dagegen gelaufen! Nein! 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 I can run! 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 Wieso haben die eigentlich Sonnenbrillen auf? Die sind in einer Höhle! Die sollen darstellen, dass sie blind sind! Ja! Aber es scheint gar nicht die Sonne! In einer Höhle! Und die sind Schmecker! Blinde interessieren das nicht, ob deine Sonne scheint oder nicht! Nicht schon! Schmeckt! Bist du blind? Hast du mich grad als blind bezeichnet? Blind zu sein ist eine sehr ernsthafte Krankheit! Ich hab... Ich hab dich nicht als blind, sondern als blöd bezeichnet! Man macht keinen Witz über Blinde! Das ist sau fies, alter! Ich hab keinen Witz über Blinde gerissen! Hast du wohl! Spür mal mit dem Blinden! Ich seh was, was du nicht siehst! Boah! Boah! Das war jetzt der zu der Blinde! Und du bist ein richtiges Arsch! Gott sei Dank! Oh mein Kopf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, die Verarsche von Mario, wo er gegen den Block springt, dann... Oh mein Kopf! Das ist irgendwie immer so! Der stößt sich irgendwann den Kopf an! Der ist irgendwie so so blöd und rennt die ganze Zeit Beach hinterher! Jetzt macht so einiges denn! Ah! Das ist fett! Hey! Nein! Du bist so am Arsch! Nein, bin ich nicht! Oh doch! Du bist... Du kriegst mich nicht! Nicht lebend! Ja! Voll der Lacke, Alter! Ich hab wieder vier Leben! Ich bin scheiße! Weiß ich's selber! Das hab ich voll verkauft! Und das auch! Ja! Ich bin am Skilled! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, 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 warte! Das krieg ich schon wieder hin! Ich gleich das wieder aus! Du bist weiter hinten, Nerd! Ich bist doch eigentlich! Ich gleich das wieder aus! Du kannst das nicht mehr ausgleichen! Egal, ich hab vier Leben! Oh scheiße! Wir sagen es nur immer alle! Du kannst ja nicht mehr hoch! Ich weiß! Vorsicht, du kommst ja gleich zurück! Do you like cheeseburgers? Fuckin love, ich weiß nicht! Jaaa, run! Ich komm noch mal hoch! Ah! Sucksit! Versuch's jetzt noch mal! Ja! Und dann ist es ein bisschen wieder weiter hinten! Ja und? Und? Oh man! Der verkackte... Der verkackte... Der verkackte... Der verkackte eh wieder alle! Nein! Doch! Doch! Ah! Was ist alle? Nicht sein verfickter Ernst! Wie ist das überhaupt wirklich? Mann! Du bist einfach nur schlecht! Du hast einfach nur Unglück im Leben! Und was auch nützt? Robin, dein Leben ergibt keinen Sinn mehr! Bring dich einfach rum! Springen! Das Leben hat nichts mehr zu... So Leute! Immer den verkehrten Weg, Junge! Nein, der ist doch richtig! Ich wäls auch gleich runtergehen können! Ja und? Ich kenn aber den Weg nicht auswendig! Mann! Ich kann die Karten lesen! Aaaaah! Mit dem... Swag onda. Swag... ready! Die gehst ah jetzt nicht nochmal hoch! drain will ich doch gar nicht! Will aber der oben hoch! Na denn dunno... Der musste окnapp. Bist du denn bescheuert? Woah! Woah, submitting wäre jetzt weggebropp Woher kommen die denn alle mann? Das sind bestimmt Ausländer! Oha! Oooohhh! Der war mies! War gar nicht mies ! Super Rumpel! Oh, das hat's so gut gebracht! Ja, das hat's voll gebracht! Fuck my life! Stimmt gefährlich! Tag live! Tag live! Tag live! Wie war das mit Tupac? Mann, eine Stange! Scheiße! Und ich hab Geld dafür bekommen! Du Nutter! Du Nutter! Naja, aber auf die größte Nutter, die wir kennen! Ja! Meinst du jetzt Kevin? Nein, meint ich! Du bist adoptiert, Kevin! Ach nee! Deine Mutter war nie im Irak, Kevin! Nee, Mann, nee, ich hasse das Level! Kennt das noch jemand? Ja, ich hasse dieses Level auch, wegen den scheiß Splitterweisen! Ja, auch teilweise! Wow, hättest du jetzt den Panzer nicht gehabt, ne? Dann wärst du jetzt ganz schön gebankt gewesen! Ähm, geh rüber! Das ist endlich mal hart, Leute! Skill, Skill! Oh, verdammt! Butter oben hochfavorisieren! Auf Facebook teilen! Nein, nein! Auf Instagram posten! Und, und auf... Nein! Und auf Whatsapp posten, teilen, liken! Und auf Twitter verbreiten, liken! Ich sollte Offenserskillen, und du solltest Offensersreden, Robin! Normaler Sprung, Christian! Ah, prima Ballerina! Ja, genau! Mit Y gedrückt halten, oder wo du dein Rennen hast? Ja, wenn du Y gedrückt hältst, dann rennst du! Und springst noch höher! Ja, und springst noch höher! Aber er hat jetzt einfach mal Pulverisiert! Und sich selber auch! Bis! Bis! Life is life! Da-da-da-da-da-da-da! Wie gesagt, in diesem Website kommen nicht nur behinderte Sachen vor! Oh, ja, das stimmt! F.S.K. Gehirntod! Okay, aber wird nicht wieder versuchen zu scalen und den Scheiß... Hör auf, Diamond! Du fährst dir dein ganzes Leben damit! Das geht nicht! Ich sag dir doch, du verbauchst dein ganzes Leben damit! Hat dich doch jetzt gehen! Ich dachte, der verreckt will nicht drauf springen! Du bist aber nicht drauf gesprungen! Doch, einmal! Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht! Ich find Lipogramm! Uiuiuiuiuiuiui! Und da kommt der Pancha! B Stuff! H., P Adventure! Warum machen wir das? Da muss ich noch gar nicht wie Caboom! Soundeffekte triff! Und dann explodiert alles und dann fliegen überall Kaninchenköpfe rum, oh yeah, so macht man Filme, so läuft Hollywood Leute, ganz viele Kaninchen, tote Meerschweinchen und Terroristen und Barack Obama Witze und Robin und Osama Bin Laden Witze. Spongebob. Siehst du, ich habe es bis dahin geschafft. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Kennst du das? Willst du mal sehen? Boom Baby! Mit der Kappe siehst du aus wie, wie, wie denn? Wie ein Mädchen. Bin ich denn ein Gipsch? Das weißt du noch, oder was? Ja, das weiß ich noch. Natürlich, du bist bezaubernd. Das habe ich gehasst, genau das war's. Ja, ja, aber ich weiß noch so ungefähr, wie das abgelaufen ist. Nicht rennen. Da, nein, nein, nein. Runter. Runden bleib. Naja, ich weiß ja schon nicht. Ich bin schon groß. Ich bin Mario, ähm, Experte. ich habe das studiert ich weiß auch dass mario 320 kilo wiegt und das machen fettleibigkeit leidet aber das wissen wir glaube ich alle da muss schon mal warten der schroner geht und dann in den ganz kleinen spalt ach wenn ich hier träne bin erinnert mich an die geilen nächte mit peach ist deswegen habe ich auch so eine geile nase du hast gesagt du weißt wo du lang musst ja ich wollte in die sackgasse rein ich wollte noch mal gucken ich wollte nur ein bisschen nur ein bisschen aber teilweise ganz wirklich durchs gehen dass er in deinem zug da durch rennt doch das kriegst du hin wenn du dann noch läuft und dann dich noch mal druckst am ende und du den letzten den letzten rest rutscht dann kannst du das noch schaffen ist euch mal aufgefahren was für krass perverse sachen mario mit seiner und seiner mit seiner nase anstellen kann ja ich will es gar nicht wissen wenn er sich drückt sieht aus wie ein penis ja eben ich muss jetzt eh hoch ne doch nicht da muss ich hin da hat der sterbe zum licht und da passt gar nicht durch das ist doch fett die sau das ist auch mario ey das ist ein zeitfressendes level zeitfressend ne gecheckt wegen mario und fett und fressen ne nein das ist doch noch da nein ich meine dieses ich habe nicht gesessen ich habe gesagt ich habe diesen flugspiel von marius immer gehasst war eigentlich ganz in ordnung naja wenn man rennt und dann will man nur springen dann fliegt man ja die blase muss planen die blase muss nein entscheide ich mal aufgefallen dass drecksack blase immer näher kommt ich gehe doch diese richtung ich höre die musik nicht weiß nicht lang das noch dauert bis die musik abläuft ja ich hab kein bock dir ist die ganze zeit rum zu geben ist das schlimmer als meine türkische runde höh auf deine mutter bei deiner geburt zu zitieren und nicht weiter jetzt schaffst du es aber doch bestem man kevin dober sterben einfach weiter weiter schnell es hält nicht mehr lange schnell rennen schaffst du es noch und er hat es geschafft 10.000 grad klappt das hätte ich nicht und ich weiß jetzt wieder wie es funktioniert wie schaue zu und lerne ok ja ich hab viel gelernt du musst mir das sagen ich habe ich glaube ich mein bruder spielen lassen echt jetzt ja oh mein gott ist schon mal das ist mario so macht man es richtig kriegt ein so macht man es richtig ja du hast die sprung und drehtaste zu einer anderen da kann ich nicht auf springen drücken das war ganz normal nein also spring ist hier unten und spring ist da bei ihm ist rennen auf x nein auf y auf y kannst auch rennen auf y rennst und auf b springst du sag mir das vorher dann hätte ich es auch richtig gemacht ja sorry nein gott aber kevin will uns ja eh was beweisen und zwar dass nicht alle thailändischen frauenpenis haben und jetzt ach so stimmt ja du musst du warten echt ja du musst du warten du musst du das ding mitnehmen du musst du warten 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 wann sind wir vorbei jetzt sind wir vorbei warte 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 hm ich hab mir das gitter ich glaube du hast zu früh gedrückt wieder das oder ich hab mich getäuscht du hast zu früh gedrückt ok ich hab mich getäuscht leute kann mal passieren ist nicht allzu tragisch wir gucken uns mal weiter ja genau kevin wir sind alle scheiße aber richtig aber ja ich würde mal sagen wir enden den part auch hier von 23 minuten und wir nehmen gleich noch was auf also bleibt dran ihr verdammten wächser ich dräng euch alle um ich weiß wo ihr wollt ich werde euch vernünftig ich weiß wo ihr wollt ich bitte euch lasst euch nicht von den lasst euch nicht von den 12 jährigen jungen hier was vordrohen ich hab ein küchenmesser auf Plastik ok jetzt ist ok ok ciao oh man du Spastik und das hat jetzt auch geland das ist ja das ist ja